Wie war es mit Cate Blanchett, der Cate Blanchett, Galadriel zu drehen? Der Cate Blanchett. Gibt es noch eine andere? Nein, es gibt nur eine. Nein, es war wirklich ein phänomenaler Lauf. Und es ist ein großes Glück, mit so jemandem zu arbeiten, den man einfach sehr bewundert. Also ich bewundere ihre Arbeit schon seit langem. Und dann ganz nah dabei zu sein, sie zu beobachten, aber eben auch mit ihr zu entwickeln. Und auf so eine Reise zu gehen, auf so einen Tanz zu entwickeln von diesen beiden Figuren, Sharon und Lydia, ist natürlich mit jemandem, der so alles gibt und alles wagt und alles sucht und versucht zu entdecken. Das entspricht mir und regt mich absolut an. Und deswegen empfinde ich das als ein großes Glück mit ihr. Und dann arbeiten zu können. Gab es noch vielleicht so einen schönen Behind-the-Scenes-Moment? Irgendwas so Herzliches, Nettes, woran man sich immer gerne erinnert? Also ich habe jetzt leider keine Anekdote parat. Es ist einfach nur, man kann mit Cate unwahrscheinlich viel lachen, weil sie so eine smarte und unwahrscheinlich intelligente, witzige Person ja auch ist und irre schlagfertig und schnell im Kopf. Aber wir haben unglaublich schöne Momente gehabt, einfach zwischendrin. Mal auch was essen gehen, mal irgendwie sich einfach so privat austauschen. Aber ich meine, unsere intensivste Zeit, glaube ich, wo wir beide, weil wir nicht in unserem Terrain waren, war diese Zeit im Orchester. Ich glaube, da war es wirklich toll zu wissen, dass wir uns da haben. Also weil sie in dieser exponierten Position, da auf dem Podium zu stehen und ein tatsächliches Orchester tatsächlich anzuleiten, dass, also da gucken dich einfach mal 100 Leute an und denken, na, bringt die es denn so? Also das ist auch, glaube ich, für eine Cate Blanchett auch nochmal eine andere Herausforderung gewesen. Und für mich genauso, weil ich auf diesem Stuhl der ersten Geige saß und mich die gesamte Violinen, die Gruppe natürlich auch durchaus beobachtet und immer sagt, na, also da der Bogen noch und da und so. Also wo man so denkt, ja, da mussten wir es bringen irgendwie. Und da zu wissen, dass wir beide aus dem einen Feld kommen, wir sind hier jetzt ein bisschen zu Gast, aber ihr seid irgendwie auch bei uns zu Gast, weil ihr müsst ja auch spielen, das ist auch nicht euer Terrain, fand man da ganz gut zusammen. Aber das war schön, dass man wusste, man macht das jetzt zusammen. Wir kriegen das hin. Und wenn ich das fragen darf, weil ich finde das persönlich super interessant, weil ich bin ja nur ein Mann, ihr habt ja auch eine Kussszene. Und mir hat mal eine Freundin erzählt, die Schauspielerin ist, sie hat lieber Kussszene mit Frauen, weil die Lippen weicher wären. Oh. Und ich so, oh. Ich kann, das habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber es war eine Freude, Cate Blanchett zu küssen. Ich bin neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das glaube ich. Ihr habt ja auch dann, also zumindest so, Instrumente gelernt irgendwie so. Wie war das irgendwie? Ich vermute wahrscheinlich mal, da gab es noch keine Musikkarreie dazu vor. Das war wahrscheinlich jetzt für den Film gelernt, oder? Ja, ja. Aber ich habe schon mit der Violine schon zweimal davor arbeiten dürfen und habe eben eine fantastische Lehrerin, Marie Kogge, die mir das so wunderbar beibringen kann. Oder mir die Angst nehmen kann. Oder was sei Angst, habe ich jetzt nicht. Aber so Sorge, ob man das hinkriegt. Weil immerhin so eine Maler-Sinfonie, die fünfte, zu spielen, ist ja nicht so ohne. Aber wir schaffen es jedes Mal zum Glück so, dass auch die Fingersätze stimmen und dass der Bogen synchron ist, dass er auch so von mir geführt wird, wie das eine richtige Geigerin macht und so weiter. So, dass ich es spielen kann, aber man es nicht hört. Man es nicht hört. Weil alles, was man sieht in dem Film und hört, ist in dem Moment aufgenommen. Also es ist nichts nachbearbeitet oder so. So, dass mir das zu heiß ist, dass man da irgendwas hört, was nicht ganz stimmt als erste Geige. Was gibt es denn noch vielleicht so als nette, ich sage mal witzige Geschichte? Manchmal passieren ja Dinge in den Kulissen, die man eben nicht auf der großen Leinwand sieht, weil es gar keine Riesenproduktion ist. Also ungewöhnliche Sachen, witzige Sachen, kuriose Sachen. Gab es da irgendwas? Nein, ich weiß nur, zum Beispiel, was ich eine beeindruckende Szene fand, weil ich auch nicht wusste, wie das dann ablaufen wird, ist der Moment, wenn Kate in voller Rage im Orchester, also durch die Reihen läuft und Todd hatte mit Absicht es so gemacht, dass er nicht viel erzählt hat. Also keiner, weder im Orchester noch die Extras, die das Publikum spielten, wussten, was jetzt gleich passieren wird. Wir sind es immer nur so durchgegangen. Sie sah schon so ein bisschen wilder aus. Da konnte man vielleicht schon ahnen, dass irgendwas im Busch war. Und dann aber mit dieser Intensität, in der sie da auf die Bühne gerannt kam und dann eben Mark Strong vom Podium runterschmiss und sich nicht... Diese Gesichter der Leute, die da eine furiose Cate Blanchett sehen, in diesem Umfeld, wo sowas ja absolut unmöglich ist, wo man ja eher sich ja schon auch kontrolliert und man sich im Griff hat irgendwie, und man schön zuhört oder man schön spielt oder so, das war ein irrer Moment, diese Geschocktheit aller Menschen zu sehen, als Cate da losgelegt hat. Das war toll. Großartige Geschichte. Vielen lieben Dank.